Es gibt nicht genug Leute, die Lust haben, dich zu unterrichten und das hat Folgen. Vielen ist der Lehrberuf laut Expertinnen zu unflexibel. Beispielsweise bei der Wahl des Arbeitsortes oder bei der Einteilung der Arbeitszeiten. Und manche sehen nicht die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln. Bis 2035 werden laut Kultusministerkonferenz mindestens 23.800 LehrerInnen fehlen. Leute, die auf Lehramt studieren, brechen häufiger ab oder wechseln das Fach als Menschen in anderen Studiengängen. An der Uni Potsdam beispielsweise hält nur die Hälfte der StudienanfängerInnen durch. In den Lehramtsfächern Mathe und Physik sieht es sogar noch schlechter aus. Und das kann auch Folgen für dich haben. Nämlich, dass an deiner Schule LehrerInnen fehlen, deshalb möglicherweise Unterricht ausfällt und du weniger lernst.